Wir sollten einen Ausrüstungsgegenstand vorstellen und kurz was dazu erzählen, warum wir den vorstellen. Ich habe meinen neuen selbstgebauten Spiritusbrenner mit Perlet gefüllt und den Topfständer. Was ich noch zeigen möchte, ist dieser Topf. Den habe ich vom WBC Waldbuschkämpfer bekommen. Schon ein paar Mal benutzt, wirklich getestet, wunderbar. Man kann hier vorne, zum Beispiel wenn man Nudeln hat oder einen Fichtennadeltee macht, kann man wunderbar abseihen. Der Griff ist umdrehbar von so auf so. Damit wird er besser zu einem Kessel. Wenn man irgendwie kippelige Kochstellen hat, wie zum Beispiel von Buschweivel, dieser Kocher, dann bietet sich das natürlich an, wenn das Ganze nicht so kippelig wird. Oder auch hier, die Auflagefläche ist relativ klein, nur zwei Drittel des Topfes, dann steht das Ganze stabiler. Also, dann mache ich mich mal ran ans Kochen. Dazu habe ich hier eine Tasse Reis in der Tupperdose. Eine Zwiebel, kann man auch gut mitnehmen. Ein, zwei Karotten, je nach Belieben. Salz habe ich da am Schlüsselbund. In den blauen PET-Teling passen 50ml Spiritus rein. Habe ich vom WBC ebenfalls gewonnen. Und in den grünen habe ich 40ml Olivenöl. Geht komplett in den Perlekocher rein. Jetzt setze ich den gleich auf. Und das Öl rein. Während das Öl jetzt heiß wird, schneide ich die Zwiebeln, Karotten. Aber das erspare ich euch. Bis dann. Die Karotten sind jetzt schon gut anfrittiert. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Bis sie glasig sind. Dann wird der Topf vom Herd genommen. Damit ich dann in das etwas nicht ganz so heiße Fett vorsichtig dann die zwei Tassen Wasser dazu gießen kann. Also 500ml. Ich glaube jetzt ist auch der Kocher soweit, dass ich den Reis reinpacken kann. umrühren, aufkochen lassen. Und das ist bei so einem Spirituskocher da natürlich ganz gut. Der kriegt zum Ende hin nur noch eine ganz kleine Flamme. Und das braucht man beim Reis. Und der zieht dann einfach alles Wasser auf. Zu der jetzigen Zeit kann ich dann mit Salz würzen. Zuerst war die Hälfte von diesem Gefäß, das ist ein halber Teelöffel voll, da rein, Deckel drauf, aufkochen lassen und dann ist es gleich fertig. Bis zum nächsten Mal.